Hallo Nation, Sebastian Kehl hat das Publikum verblüfft, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Marco Reus tritt als Kapitän von Borussia Dortmund zurück. Wer die Nachfolge des Offensiv-Routiniers antritt, steht noch aus. Sportdirektor Sebastian Kehl bezieht Stellung, wer wird die Nachfolge von Reus antreten und neuer Kapitän des BVB werden? Wir haben ein paar Kandidaten im Kopf. Am Ende werden wir die richtige Wahl finden, sagte Sebastian Kehl am Freitag bei einer Presserunde. Damit wird es keine schnelle Entscheidung in der Frage des Kapitäns geben. Mit stolz und großer Ehre dürfte ich diese Kapitänsbinde fünf Jahre lang tragen. Vielen Dank für eure wunderbare Unterstützung in den letzten Jahren, verkündete Reus am Vortag in den sozialen Medien, beim BVB steht neben der Frage des Kapitäns bereits die nächste Saison im Fokus. Dortmund zeigt Konstanz im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Wir müssen eine hohe Leistung erbringen, um Bayern München anzugreifen und in die Situation zu kommen, in der wir uns zuletzt befanden, sagte Kehl. Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn uns das über zwei Halbserien hinweg gelingt, wieder so nahe herankommen und dann vielleicht den letzten Schritt machen wollen, der uns gefehlt hat. Sagte der Sportdirektor, eine klare Zielsetzung wollen die Westfalen angesichts der noch offenen Kaderplanung noch nicht formulieren. Wir wollen sehen, wie sich unser Kader verändert, wie die Situation in der Liga ist. Es wird einen Favoriten geben, den wir alle kennen, sagte Kehl. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.